Jetzt werde ich auch die Gruppe vorstellen langsam, es ist eine ganz neue Bände, wahrscheinlich trotz weniger Konzerte die schon gespielt haben, die beste Bände die ich hier gehandelt habe. Und soll ich jetzt mal von vorne weg schon mal ein paar Solo geben oder erst später? Ja, Maestro Levi-Maccini 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 Ja, Maestro Levi Ja, Maestro Levi-Maccini 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020